Tschin, 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 tschin. Bruder, das ist Pantomime drehen wir heute. Wie es schon im Titel steht. Tschin, 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 tschin. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, meine Damen und Herren. Oh, man denkt, ich mach grad Nachrichten. Was glaubt ihr, Leute? Herzlich willkommen zu Tag 19. 19. Tag 19. Noch 5 Tage, Digga. Was wird machen? Ich gegen Adel. Wer kann besser panthenonieren? Panthenonieren, ganz einfache Folge demmaßen. Wir haben 5 Begriffe aufgeschrieben. Wir werden das vor panthenonieren. 5 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute Zeit. Wir müssen herausfinden, wer am meisten hinter der Kamera Punkte sammelt, gewinnt. Was ich meine? Und wenn man das nicht hinter der Kamera erwähnt, kriegt der vorne einen Punkt. Uh, ich suche den Jubel. Deswegen mach ich auch. Nein, alle machen Buh. Viel Spaß, mein NDR ist das hier angeblendet. Ram seins, neben meins, all seins, als vorletzes und als letztes. Marius seins auch, sorry. Marius, sorry, nein, es ist hier komplett alleine. Lass mich. Schlegal. Wie geht's, was macht man? Ich hab ne Minute Zeit. Schau, es geht so. Und ich das erraten, kriegst du einen Punkt, ne? Warum? Weil du es dann schlecht. Ich kann es ja auch extra an sich machen. Pfeil und Bogen. Digga, ich wollte zum Tunnel. Alter, Digga, unkreativster Mensch, den ich jemals gesehen habe. Unkreativster Mensch, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Bücher sortieren. Tücher. Kellner. Held. Teller einsortieren, Junge. Duschen. Klamotten. Äh, ah, äh, 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 äh. Klamotten ausgewählt, da vorne? In Kabine angezogen. In Kleidekabine. Kaufen. Klamotten kaufen. Ja, dann lauf rein, keiner hält sich auf. Lauf rein, du bist nicht im Diff. Behinderung. Memme, Holzsuse, was das? Ja, was hab ich am Anfang gemacht? Keiner hat's gesehen, was du am Anfang, man sieht deine Hände irgendwie nicht, ne? Doch, doch, ich hab's so gemacht, ich hab's so gemacht. Ich hab's so gemacht und hab's so gemacht. Fallen lassen. Etwas fallen gelassen. Du musst erraten, was. Ich werd aggressiv hinter der Kamera. Okay, warte. Errate was. Ja, was bin ich, was bin ich, wenn ich so mache? Kellner. Hä? Du bist ein Kellner. Ja. Und was ist passiert? Was? Du darfst selber raten, was runtergefallen ist. Ja, aber... Es ist Pantomime. Das ist nicht Hellsehen hier, was ich meine? Ah, Einkauf. Tisch und, ah, da hast du einen Tisch und du machst Sachen drauf. Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Und du wartest. An der Kasse. Und du gehst ein Ding weiter. Und er, die kommt zu nah. Hä? Hä? Was kann sein noch? Du, ja, du. Du stehst da. Du stehst da. Du hast ihn dann überdringt. Ah. Und er gibt den Nacken, Junge. Ah. Der A tut an deinem Nacken. Der A tut an deinem Nacken, Junge. Der A tut an deinem Nacken, der Kleebt an deinem Nacken. Ja, gib weg, halt Abstand. Einen Fettsack. Du brauchst du wirklich die Reihe anfasst Es geht um, was, was hab ich, wen hab ich gerade dargestellt Wen hast du dargestellt, du warst da, du warst an Kasse Nach wer suche ich Anstrengend, das Sport gerade gewesen Ey, Leute, was war das gerade? Mekka, Leute, die meckern wegen allem Mekka wegen Abstand Ich bin ich Und ich bin nicht der auf einmal Streich ich mich mit mir selber oder was? Ja, aber du, der war zu nah an dich dran Ich war zu nah an ihm dran, weil ich hinter ihm bin Läuft der Typ Rippe jetzt? Ah, super, was ist denn los? Super, was ist hier los, Alter? Ich sag noch extra, da lang geht's Ja, da lang Ich dachte, das ist an dir vorbeigezogen War ich im Triathlon oder im Einkaufen? Tennisspieler Mal nochmal Ball zurückwerfen Ah, kleiner Junge geschlagen Kleinen Junge wegwerfen Was mach ich mit dir? Gibt's eine Schelle Ein Backpfeife Boah, das ist Hier, so mal Ey, mach mal ein Startbild Und so mal an seine Fresse Und schreib drunter Der Typ hat das Spiel komplett verstanden Ich betäube meine Sehne Sehne Hand aus Fenster bei Auto Aha, okay Ah, Rückspiegel Polizei Ja Ja Nee Das war Prost 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 Oh Oh Irgendwie, die hab ich erwischt im... Es geht um einen Begriff Führerschein Äh, Führerschein Das war's Führerschein, mein Begriff Führerschein Das ist so klein Das war der Begriff grad von der ganzen Geschichte Ich hab die ganze Fast in the Freeze Folge 10 Nur Es geht nur ums Führerschein Wallah Führerschein Ich wollte dich ins Irre führen So was... Der hat Drogenwieler Fluff, Haft, Flucht Alles Also ich durchgarde Seife fallen lassen Sag doch nicht so laut, Digga Ich betäube meine Sehne Sehne Irgendwas Irgendwas Es ist... Es ist sturmig Und du... Du kannst irgendwas nicht lenken Aber ich weiß noch nicht was Du bist ein... Junge Backbord Südbord Du bist ein... Pirat, Digga Pirat, Digga Im Sturm Jack Sparrow Angler Angler, Junge Du angelst Fische Fische Digga Digga Du machst... Der Begriff war nur Fische Kommt einfach nur... Das ist es Kommt einfach nur so machen, Digga Nein Ich bring dich in die Erde Hei Es hat einen Infarct Ich mach offen Franz Ich mach es nochmal für dich Hä? Hä? Ist das so ein... Irgendso ein alter Mann aus dem Bahnhof oder so? Ah, auch noch los! Du hast die Geschichte geändert. Das sind mehrere Geschichten, die auf einen hin sollten. Leute, wenn ihr es mitbekommen habt, wenn ich damit meine, bitte in die Kommentare unterschreiben. Ich mach's nochmal für dich. Letzte Runde. Oh! Ach so! Ich, Junge! Hä? Ich war nicht die ganze Zeit! Hä? Und was war das dann? Du hast doch geklaut hier! Ach so! Ich hab den schlechtesten Schauspieler der Welt hier wieder vorgetragen. Du hast sogar deine Sache nicht verstanden. Das Schlimme ist, dass es noch schlechter daran ist, dass du dich selber nicht mehr erkannt hast. Das ist wie, wenn du vorm Spiegel stehst. Der ist nix, Alter. Alter, was ist das für ne hässliche Kreatur, Alter. Freunde, das war's für die Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen Like, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr es nicht getan habt, Rotzember ist bald vorbei. Es tut mir echt weh. Rotzember! Zu wild. Aber noch Rotzember. Einmal die Woche nur Videos für ne gewisse Zeit. Deswegen seid noch aktiv die letzten Tage. Und dann haben wir erfolgreich Rotzember hinter uns. Bis morgen, 18.30 Uhr! Ey! Es tut SCHLAND!